Musik Sag einmal, stört dich der lange Schwanz überhaupt nicht? Nein, aber dieses scheiß Kostüm regt mich langsam auf. Musik Servus, gibst du dazu mit dem Paschen-Story? Nein, nicht dabei, man kann nicht lösen. So, Schluss, gleich. Ganz, 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 ganz. Der Oda von Graf. Wahnsinn. Baby, fünf Jahre haben schon Schluss, ich kann gar nicht, wenn ich sei. Schau, was legst du dir ein? So, was rufst du dann? Nein. Du bringst dich dafür wohl in meiner Augen. Haben wir erklärt? Ja, ist sicherlich. Von wegen maskiert. Ist grad klar. Du legst halt noch mal schnell auf und ziehst sie auf. Wahnsinnig witzig. Haarschlöcher. Und? Was machen wir jetzt mit zwei? Ich weiß nicht. Lass dir mal was einfallen. Das würde mir schon gefallen. Du mir auch. Ich würde jetzt eigentlich abpuzzeln, aber das sind nicht deine echten, oder? Nein. Deine echten sind Frauen. Ich freu mich schon so auf diesen Schwarz-Weiß-Ball heute aufs Nacht. Er ist doch einfach eleganter, wenn man sich ein bisschen schön herricht. Und vor allen Dingen nicht überall diese proletenhaften Tierkostüme für den 9990 vom Aldi. Wie schaut's denn aus? Bist du soweit? Ja, ja. Ich komm schon. Tada! Und? Was sagt's? Also sag einmal. Also du hast das Prinzip von deinem Schwarz-Weiß-Ball überhaupt nicht verstanden, oder? Also so nehm ich dich nicht mit. Da geh ich doch lieber allein. Ist doch alles Schwarz-Weiß. Was hab ich jetzt wieder verkehrt gemacht? Gefällt mir trotzdem. Die Bayern-Komödie wird unterstützt durch die private Landbrauerei Schönraben.